Norddeutscher Rundfunk 2021 PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks, Pyjama-Helden PJ Masks Mission Monkey Go Mit meinem zuverlässigen, röhrenden Rüssel Kann ich mir nehmen, was ich will Und es in Metallschrott umwandeln Und wofür verwenden Sie es, Meister? Natürlich, um einen größeren, röhrenden Rüssel zu bauen Wir sollten den Bus nicht verpassen Super Katzenstreifen Super Genku Muskeln Wieso den Bus nehmen, wenn ich einen Privatjet kriegen kann? Hey, nimm den Rüssel von meinem eulen Gleiter PJ Robo Wir kommen schnell rein Öffne das Eulentor Jetzt! Ihr könnt davonlaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken Meister, sie verstecken sich bereits Das ist eine Redewendung, du Blechbüchse Also gut, dann eben Ihr könnt euch verstecken, aber ihr könnt nicht davonlaufen Zufrieden? Na wartet, PJ Plagegeister Das nächste Mal sauge ich an eure Blitzer auf Das war ganz schön knapp letzte Nacht Es ist fast zu gefährlich mit unseren Fahrzeugen unterwegs zu sein Wir müssen was unternehmen, um diesen röhrenden Rüssel aufzuhalten Und zwar ein für alle Mal Das war sicher Monkey Goo Vergiss ihn einfach Seine dummen Streiche sind nichts im Vergleich zum röhrenden Rüssel Wartet, Monkey Goo ist ein hinterlistiger Affe Ja, und? Wie wärs, wenn er in der fliegenden Fabrik ein Affentheater aufführt? Das würde Romeo ablenken, während wir uns überlegen, wie wir den Rüssel ausschalten Wir tricksen ihn aus, damit er uns nicht austrickst? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist Doch, es ist eine tolle Idee PJ Masks jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Amaya will zu Amaya will zu Oilette Ja! Greg will zu Deckles Ja! Connor will zu Catboy B.P.J. M.P.M.S. B.P.J. M.P.M.S. B.P.J. M.P.M.S. Hm, er ist einfach zu raffiniert. Wie sollen wir ihn denn bloß finden? Komm heraus, Äffchen. Wir haben was für dich. Hä? Der kleine blaue Tiger ist lustig. Wir freuen uns auch, dich zu sehen, Monkey Q. Wir brauchen deine Hilfe. Monkey Q soll euch helfen? Wir meinen es ernst. Wir bezahlen dich auch. Mit vielen Bananen. Oh, das ist jetzt zu nett von euch. Monkey Q hat nämlich keine einzige Banane mehr. Ähm, habt ihr einen Plan? Wartet, ich weiß, wie wir ihn auf unsere Seite kriegen. Hilf uns und ich verspreche dir, du wirst Spaß haben. Oh, Monkey Q liebt Spaß. Monkey Q wird euch gern helfen. Also, das ist Romeos fliegende Fabrik. Wie du auf den Bildern sehen kannst, die PJ-Robo zusammengestellt hat, ist es eine beeindruckende gigantische Maschine. Mhm. Wir betreten die fliegende Fabrik hier. Wer war das? Tolles Ablenkungsmanöver, Monkey Q. Aber spar dir das für die Mission. Was? Die fliegende Fabrik nähert sich. Gut, dann los. Spaß, Spaß, Spaß. Spaß. Okay, Monkey Q. Bleib sitzen und sei leise. Arbeitet, meine hübschen kleinen Flugrobos. Arbeitet! Schon bald werden wir genug Metall haben, um... Sieh an, ein geschenktes Auto. Roboter, entferne die Katzenhaare vom Sitz. Und dann wirf das Ding in die Altmetall-Schrottpresse. Showtime! Jetzt hab ich dich! Sieh an, mein guter Freund Catboy. Neuer Plan, Roboter. Tanz für ihn. Tanz! Tanzen, Meister? Aber sie haben gesagt, tanzen wäre verboten. Tanz! Und hör nicht auf, bis ich es dir sage. Das war toll getrickst, Monkey Q. Roboter, was machst du da? Mach's wohl, den Robo-Break-Dance. Ein Affenkind, das sprechen kann? Was kommt als nächstes? Verschwindet aus meiner Fabrik. Ha, ha, ha! Ah! Oh! Oh! Achtung, er kommt, Eulette! Ah! Hab dich! Hey, lass mich frei! Tut mir leid, Romeo. Aber diesmal musst du es aussitzen. Anschnallen! Gut gemacht, Monkey Goo. Ich wusste, du bist der perfekte Teamkollege für... Monkey Goo? So viele leuchtende, piepsende Knöpfe. Fang mich doch! Versuch's nochmal! Monkey Goo? Monkey Goo? Wo ist dieser Affe? Wer fliegt dieses Ding? Oh nein! Wozu ist das da? Und das? Und dies? Und das? Und dies und das? Fliegen, der Fabrik ist außer Kontrolle. Alarm ist aktiviert. Heiße Schokoladenmaschine ist überlastet. Hör auf, irgendwelche Knöpfe zu drücken, Monkey Goo. Ich komm zu dir. Heckpropeller ist aktiviert. Fabrik fliegt Richtung Weltall. Monkey Goo nicht... Eulett, wir fliegen ins Weltall! Ich komme, Catboy! Eulett, wir fliegen viel zu hoch! Flatternde Federn! Wow! Der Eulengleiter ist für eine Reise ins All nicht geschaffen. Das gilt auch für meine fliegende Fabrik. Ich werd's in die Wiener sehen. Oder Catboy und Monkey Goo? Kann sein. Nichts kann mich davon abhalten, Monkey Goo aufzuhalten. Wählfunktion! Oh! 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 Jetzt keinen Finger! Hörst du, Monkey Goo? Ich bring das in Ordnung. Nein! Ups! Ende Gelände! Oh! Oh-oh! Das ist gar nicht gut! Eulett? Gecko? Hattet ihr Glück mit der Rettung? Leider nicht, Catboy! Ihr seid zu schnell zu weit weggeflogen. Wir konnten euch nicht rechtzeitig erreichen. Dann muss ich das erledigen. Aber wie? Drück auf die leuchtenden Lichter. Ganz einfach! Wir haben keine Ahnung, welcher Knopf was macht. Blau macht Lärm und Grün macht noch mehr Lärm. Braun macht heiße Schokolade. Du hast dir alles gemerkt? Jeden Knopf? Okay. Welcher von denen kontrolliert den röhrenden Rüssel? Kein Problem. Der rote, wackelige. Jetzt richte ihn nach vorne. Und jetzt schalte den Sauger ein. Ja! Nein! Andersrum! Pusten! Ja! Was? No! Danke, Monkey Goo. Und jetzt sucht den Catboy-befreien Knopf. Mein röhrender Rüssel! Ihr Pyjama-Plagegeister und euer Affe habt seine Energie verbraucht. Ist doch kein Wunder. Wir waren ja auch im Weltall. Blöde PJ Masks! Roboter, evakuieren! Sofort! Ah, tschat, tschat, tschat! Ja, Meister! Gute Arbeit, Monkey Goo. Du bist auch schlau, nicht nur ungezogen. Und ich hätte nicht tricksen sollen, um nicht ausgetrickst zu werden. Dafür hatten wir jede Menge Spaß. Miau! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Catboy mal vier. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Super-Tarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich geb sie an Catboy weiter und... Oh, ich hab eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Super-Cutzen-Tempo! Was? Catboy! Na, gefällt's dir da oben, Mietzekatze? Lass ihn runter, Robo-Zack! Super-Gecko-Muskel! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Wie wär's mit einem Super-Katzen-Sprung? Oh! Oh! Super-Gecko-Tarnung! Wow! Geh sie mir zurück! Warte, was machst du da? Äh! Lass das! Oh! Super-Gecko-Muskel! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboter-Freund? Mwahaha! Die PJ Masks waren neu wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball... Ah! Oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an! Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Oilette! Ja! Greg wird zu. Dekor! Ja! Connor wird zu. Catboy! Die PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Oh! 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 Wie bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier. Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, hab ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es! Eine Verviel-Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigster Roboter? Gar keiner, Gekko. Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich hab eine Idee. Ich flieg runter und nehm sie Romeo weg. Dann geb ich sie an dich weiter, Catboy. Und du gibst sie Gekko. Ich zieh das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gekko-Muskel. Der Katzenbrüller. Der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr, Roboter. Und dann waren es wir. Katzenbrüller! Wow! Wow! Wie nett von euch meine Roboter-Armee zu vergrößern. Roboter-Armee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern, dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht. Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung! Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super-Ollen-Augen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du knackander Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hm? Ah! Ah! Alles gut. Nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaun. Headboy! Du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter! Schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine! Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks! Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das klingende Ding aus. Ich kann nicht. Es sind zu viele, Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe... Ja! Ja! Ringelndes Reptil. Jetzt sind das vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen! Wihihi! Wuhu! Nein! Ja! Das war's, Roboter! Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst ihn wegrollen lassen. Ich hab eine bessere Idee. Ich dreh den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem, soweit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss! Wow! Vorsicht! Ah! Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich hab noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schief gehen. Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Hä? Das erklär ich später. Schnell! Nein! Ihr Pyjama-Ablage-Geister! Die Roboter! Bauen wir stattdessen eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboter-Katapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch? Mein Plan! Wartet ab, bis ihr meinen Katapult seht. Das ist unfassbar! Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch, genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hole die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Katze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Ich komme! Roboter, schnapp die Plagegeister! Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen! Passt auf! Oh! Ist das schwer! Eine Catboy-Kopie-Meister! Eine Catboy-Kopie-Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzen-Tempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich hab eine tolle Idee! Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumscham-Erfindungen. Hallo! Au, 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 au! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position! Kommt schon, Roboter! Was wird ihr Pyjama-Pluggegeister im Schäde? Roboter hassen Wasser! Und jetzt der letzte. Super Katzen-Tempo! Schnappt ihr die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Ah! Geh runter von mir! Wir haben's geschafft. Jetzt streng deine Gekko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gekko! Super-Gekko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Pluggegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden. Aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und, was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. Äh, wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Das Klebe-Klatscher-Monster Teil 1 Na los! Probieren wir's nochmal! Ja, ja! Juhu! Hey! Wieso steht der Geräteschuppen offen? Hallo? Hallo? Oh, oh! Er ist ja völlig leergeräumt. Auch die Seile fehlen. Und die Laternen. Aber wieso? Ich glaube, Nachtninger hat alles geklaut, weil er nämlich den Rätselberg erkunden möchte. Okay, wie kommst du denn darauf? Ach ja, und ich hab das hier gefunden. Nachtningers Materialliste für den Rätselberg. Seil erledigt. Laternen erledigt. Schriftrollen erledigt. Wenn das so ist, sollten wir mal nachforschen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Eulett! Ja! Greg wird zu. Gekko! Ja! Konger hört zu. Catboy! Hey, Kumpel! Hi, PJ Robo! Hey, PJ Robo! Was geht ab? Beeil dich, Klitzekleiner. Wir haben nicht ewig Zeit. Gesundheit. Und jetzt zack ich. Das gefällt mir nicht. Kommt mit. Wir nehmen die PJ Gelände Bikes. Hallo, Kleiner. Was ist, alter Freund? Eindringlinge, sagst du? Komm, wir sehen mal nach. Ich hatte keine Angst. Nein, ich habe nur eure Ninja-Reflexe getestet. Bist du sicher, dass das die Höhle mit dem Verwandlungsklebe-Klatscher ist? Hey, ich habe da eine Idee. Also, ich stehe schmiere und du erforscht die Höhle. Tschüsschen! Oh, oh. Da ist das doofe Drachenmädchen. Mit der möchte ich mich nicht noch einmal anlegen. Schnell in Deckung! Puh, das war knapp. Puh, okay. Ich betrete diese dunkle Höhle und finde es überhaupt gar nicht gruselig. keine Spur von Nacht-Ninja. Katzenohren! Da entlang! Hast du den Zauber-Klebe-Klatscher gefunden, klitzekleiner? Klitzekleiner! 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 Oh, okay. Ich gehe dann mal. Gehen wir nach draußen, Ninja-Linus. Klitzekleiner! 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 Klitzekleiner? Klitzekleiner! 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 K listeners, chipleinerber! Jetzt schlosser! Oh! 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 Klitzekleiner Ninjalino! Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los! Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gäge, Klitzekleiner. Wir waschen. Ein...monster! Hey, passt auf, Ninjalinos. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Puh, das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um. Entdeckung! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut. Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist das immer noch da drin. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja? Oh, hallo, die dummen PJs. Ach, ich wollte einfach was für meine... ...Fitness tun. In einer Höhle? Mit einer alten Schriftrolle? Das glaubst du ja selber nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Klitzekleiner? Wir suchen noch etwas. Ruhe jetzt, ich hab zu tun. Oh, an eurer Stelle würde ich da nicht reingehen. Er will nur nicht, dass wir reingehen, weil er was gefunden hat. Wetten? Nein, ich mein es doch nur gut mit euch, Spatzenhirn. Da ist ein Monster in dieser Höhle. Ach was, da ist doch kein Monster drin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht doch selbst nach. Darauf kannst du wetten. Genau, da ist irgendwas drin, was Nachtninja vor uns verbergen will. Die Schriftrolle liegt immer noch da drin? Die PJs dürfen sie keinesfalls in die Hände kriegen. Aber ich kann dich nicht nochmal reinschicken. Klitzekleiner! Ihr glaubt nicht wirklich, dass hier drin ein Monster ist, oder doch? Nein, er wollte nur nicht, dass wir rausfinden, was er vorhat. Ich seh mal nach. Eulenaugen! Ich kann nirgends etwas Verdächtiges sehen. Katzenohren! Ich kann auch nichts Verdächtiges hören. Er will uns nur austricksen. Weiter geht's. Augenblick! Was war das? Klitzekleiner! Bist das du? Nein! Du bist das Klebeklatscher-Monster? Klatscher! Äh, seid ihr sicher, dass das da kein Monster ist? Es bedeutet jedenfalls nichts Gutes. Wenn das wirklich der Klitzekleiner ist, dann muss er den Verwandlungsklebeklatscher gefunden haben. Oh, das ist ja der Hammer! Hey, du da! Monster! Ich befehle dir, die Pyjama-Helden anzugreifen. Klebeklatscher! Vorsicht! Oh! Oh, es stinkt! Ich kann es kaum glauben. Mein eigenes Klebeklatscher-Monster. Das wird mein größter Triumph aller Zeiten. Oh, diesmal sind die Klebeklatscher ganz anders als sonst. Dieses Ding scheint sie zu kontrollieren. Oh, das ist ja der Hammer! 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 Ha! Endlich! Ich hab die Pyjama-Helden ein für alle Mal besiegt! Und die Stadt wird mir gehören! Mit der klitzekleinen Unterstützung meines kleinen Freundes! Kommt, Ninja-Linus! Die Stadt gehört endlich uns! Genau, so ist's brav! Weiter, weiter, weiter! Dieses Zeug lebt super doll! Wir müssen uns irgendwie befreien! Ja, sonst macht Nachtnager mit diesem Ding noch die Stadt unsicher! Halloween-Gauner Teil 2! Alles läuft genau nach Plan! Halloween gehört uns Schurken! So wie es sein soll! Stop! Hey, das ist noch eine Füßigkeit! Los, los! Das ist noch eine Füßigkeit! Springer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen! Das sind gleich drei Albträume in einem! Bitte komm, PJ-Robo! Du musst uns helfen! Hey, gute Idee! Er will die Motten hinters Licht führen! Macht euch bereit! PJ-Robo ist ein echt helles Köpfchen! Aber sie lassen uns immer noch nicht los! Ich hab eine Idee! Auf mein Zeichen! Eins, zwei, drei, Kitzeln! Kitzeln! Ah! Oh! Danke, Eulette! Und danke auch an PJ-Robo! Ah! PJ-Robo ist ein echtes Kitzel! Jungs! 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 Frei als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt! Das war's wohl mit Halloween! Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen! Oh! Oh! Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen! Cameron glaubt nur, er wäre ein Held! Tja, wenn wir die Nachtschurpen nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein! Wir müssen uns konzentrieren! Katzenohren! Die Wölfis! Klingt, als wären sie irgendwo im Park! Los, kommt! Spielt die Superkraft des Halloween-Wolfmoons! Jipp, jipp, jau! Juuu! Los, komm jetzt! Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden! Schon erledigt, Leute! Ich hab sie in ein super geheimes Versteck gelegt! Cool! Und wo ist das? Ich, ähm... Es ist so geheim, dass ich vergessen hab, wo es ist! Komm schon! Denk nach, Kevin! Wisst ihr, ich hab extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern! Jetzt muss er mir nur wieder einfallen! Hm... Tüten klingt wie... Brüten! Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest! Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen! Rip! Heule! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser! Einen Knochen! Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfies gesehen haben! Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln! Hey, Leute! Die Waffenspuren führen hierher! Die PJ Masks? Aber die hab ich doch abgehängt! Mein raffinierter Halloween-Plan geht in Wach unter! Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf! Wir brauchen einen Angriffsplan! Bleib einfach hier! Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden! Siehst du? Das ist gar nicht so schwer! Hey, Welfies! Habt ihr was verloren? Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand einen Leckerbissen! Hot Dogs sind meine Lieblings-Leckerbissen! Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs! Aber das ist doch kein Reim! Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte! Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein! Superkassentempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden! Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht! Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen! Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden! Sagt wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du musst dich nicht verraten, Gekko! Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun! Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut! Das ist so unfair! So viele Tüten voller Süßigkeiten! Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten! Oder auch nicht! Flatterne Federn! Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen! Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen! Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, äh, du kannst es schaffen! Das sind nur Kostüme! Du bist Captain... K-K-K-Kammeron! Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Huah! Bleib stehen! Hä? Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld! Ja! Ich bin Captain Cameron! Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls! Keine Autogramme, ich bin auf Mission! Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht! War viel los heute Nacht! Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verduften! Wusch, wusch, wusch! Tschucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka-tchucka. Ha ha ha! Er ist kein Held! Schnapp die Süßigkeiten! Wie ekligen Motten! Ich entfache den interplanetarischen Sturm! Oh, oh! Jetzt! Unflügelwind! Aua. Boah, hab ich das etwa getan? Dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier! Los, los, los! Bevor er uns in den Weltraum schießt! Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher! Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar! Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt! Mitsamt den Süßigkeiten? Oh, nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon, jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Äh! Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Juhu! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten! Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist mit uns? Und mal einen super genialen Hotdog rein! Oh, Süßigkeiten! Oh, Süßigkeiten! Das reizt sich nicht! Wow, den Ruhm einzustreichen ist ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinander bringen! Das klingt nach einem Super-Plan! Voila! Zehn für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Wo hast du zählen gelernt? Oh, Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht! Äh, Leute! Da ist ein Geist! Auuu! Sowas wie Geister gibt es nicht! Es ist Luna Girl! Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen! Will ich nicht! Aber da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr! Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten! Also sollte ich das meiste bekommen! Aber wir haben die Beute geklaut und verschreckt! Wir sollten das meiste bekommen! Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben! Der Eidachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten! Super-Katzen-Streifen! Was? Super-Katzen-Tempo! Komm! Jetzt bekomme ich mehr! Super-Klick-Kuschel! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Super-Ollen-Feder! Ja! Wow! Ihr PJs könnt allen echt den Spaß verderben! Zuteil macht Spaß! Ihr könnt meine Süßigkeiten haben! Fröhliches Halloween! Wow! Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Captain Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Nicht mehr! Wer befolgt besser die Befehle des Captains? Ich sagte, kommt raus! Wow! Das war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich hab sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Klasse gemacht, Captain! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee, aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! PJ Masks, ein starkes Team! Rettet ihr heute nach Halloween! Green! Riesengecko! Bitte komm, Greg! Hier ist Connor! Ende! Äh, wo ist noch mein Walkie-Talkie hin? Ja! Oh, eklig! Bitte komm, Greg! Hm... Oh, da ist es ja! Danke, Lionel! Hey, Connor! Oh, warte! Ich meine... Hab verstanden! Over! Hey, Greg! Was machst du gerade? Zimmer aufräumen! Hier ist ein riesen Chaos! Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe! Die Parade wird der Hammer! Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen! Ja, den mag ich am liebsten! Dann räum jetzt lieber mal auf! Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier! Falls Nachtschurken versuchen uns die Parade zu vermiesen! Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals! Was wird aus deinem Zimmer? Keine Sorge! Das Chaos räum ich nachher auf! Und ich brauch noch meine Kamera für die Parade! Sie muss im Hauptquartier liegen! Ich kann sie hier nirgendwo finden! Okay! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wird zu! Eulett! Ja! Greg wird zu! Beko! Ja! Connor wird zu! Catboy! Die PJ-Kraoten! Gecko! Hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer! Du hast uns doch versprochen hier aufzuräumen! Richtig! Das wollte ich auch noch machen! Später! Hier ist Romyos Schnifopaff! Und hier sein Verkleinerer! Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen! Ja! Ich weiß! Aber... Ist schon gut! Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst! Und spiel bloß nicht mit Romyos Apparaten herum! Alles klar! Aber es ist doch kein Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen! Ich bin Romy und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschlaft! Romyos Schnifopaff! Mwahahahahah! Hm, ich frag mich, wozu dieser Knopf hier ist! Au! Oh! Oh! Schlüternde Schlange! Der ist ja auch zum Supervergrößern! Abgefahren! Hallo, Leute. Gekko, wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romeo's Verkleinere erwischt hat. Aber umgekehrt, jetzt bin ich groß. Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein, es ist echt cool, ein Riesen-Gekko zu sein. Ich zeig's jedem, der unsere Parade stören will. Ich bin riesig. Oh, oh, Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl, zum Katzenflitzer. Ein Schritt für Gekko. Ein Riesensprung für den supergroßen Gekko-Zarus. Yeah! Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Flatternde Federn, was ist da los? Ich bringe euch superschnell zum Paradenplatz. Was? Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer. Oh, was ist das? Der Riesengecko, der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn als Motten. Bum. Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Motten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht schon, hebt sie hoch. Strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufheckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste. Wenn ich sie nur ein bisschen größer mache, passen Luna-Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment, wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir! Nur mir! So, und jetzt kriege ich alle Festwagen. Ich brauche nur noch mehr Riesenmotten. Haha! Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Echsli. Oh, jetzt bist du nur noch ein glitzekleines Ächschen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Eulett, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wiederhaben. Flieg dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesen-Motten. Hey Motten! Ich wette, ihr fangt mich nicht! Was? Nein! Kommt zurück! Super Katzen-Tempo! Der nehm ich! Danke! Und vergiss nicht, Gecko, wenn Eulett mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schrumpfst du sie. Alles klar, Catboy! Cool, ich seh mal nach Luna Girl. Wow! Hey! Mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys-Plan noch besser machen. Hä? Ah! Nicht schon wieder. Ja! Gacko, noch Gecko! Gecko! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Ha, ha, ha! Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister! Jetzt gehört die Parade mir! Nur mir! Wir müssen die Motten schrumpfen. Das ist unsere einzige Chance. Aber ich hab den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er! Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt hab. Ich hab's. Ich hab's! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Krach! 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 Sei vorsichtig, Gecko! Tu ja nichts, was sie aufregen könnte. Oh, aber genau das habe ich vor zu tun. Komm her, Vögelchen! Mein kleines Vögelchen! Ja! Krach! 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 Catboy! Wir müssen Luna-Girl einholen. Gut gemacht, Gecko! Oh, oh! Hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super-Gecko-Muskel! Äh! Hä? Oh! Du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen! Hä? Catboy und Soilette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Catboy! Super-Eulen-Flügel! Nein, nein, nein! Oh! Ja, wir haben sie alle geschrumpft. Ah, ich kriege zwar nicht alle Festwagen, aber deinen Lieblings-Festwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbot! Jetzt haben wir dich, Luna-Girl! Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Ha, 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 ha! Ah! Verschwinde, du riesiger Trude! Super-Gecko-Muskel! Ha! Gut gemacht, Gecko! Aber, äh, wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Super-Vergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Oh, hier sieht's ja toll aus, Greg! Hat ewig gedauert. Aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh-oh! In Deckung! Oh, Lionel hat meine Kamera gefunden! Ha, 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 ha! Ja, ho, zus Au! Au! uvbbis holes